Und am 19. zur Review zum 3-1-Heimsee gestern gegen den 1. FC Nürnberg. Geben immer so ein bisschen das Spiel durch, machen wir chronologisch den Spielverlauf durch. Ja, wir sind wieder, wie wir es ja eigentlich aktuell auch kennen, so ein bisschen. Nicht wirklich wach aus der Termine raus, so vom Gefühl her. Wir hatten eigentlich das ganze Spiel über mehr vom Spiel. Das ist ja auch nichts Neues irgendwie bei uns. Aber Kassina hat nach 10 Minuten dann, weil der Nürnberger einfach schneller schaltet als wir nach der Aktion. Weil alle dachten, dass das Ding von Castro abgepfiffen wird, ist faul. Er reagiert am schnellsten mit dem Vorteil und jagt das Ding halt eiskalt rein. Was er halt machen muss aus dem paar Medien, einfach mit Wucht reinjagen. 0-1. Danach, es ging auch nicht viel. Die erste Hälfte war, schlägt und greift und auch allgemein. Nicht wirklich gut, die erste Hälfte insgesamt. Da waren mir echt auch zu viele. Da hat mir das Offensivkonzept komplett gefehlt. Weil das war zu oft lange, hohe Bälle auf den Askasibar oder so einen absoluten Müll. Ich meine, was willst du nur damit erreichen? Dass das auf kein Ergebnis rauskommt, ist auch klar. Lange Bälle auf den Askasibar, lang und hoch. Haben trotzdem erst mal auf die zwei Kisten geschossen. Wieder zwei, die hier zurückgenommen wurden. Einmal durch Vataro Endo nach der Ecke. Hätte mich echt gefreut für den Jungen. Aber Gomes hat seinen Körper in Behrens war reingestellt. Ist okay, das zu pfeifen, sage ich jetzt mal. Muss man aber trotzdem meiner Meinung nach nicht irgendwie hundertprozentig pfeifen. Er fällt da sehr leicht. Plus diese Zweikämpfe in der Form gibt es keine Ahnung. Die gibt es bei jeder Ecke. Nur weil er da fällt, ist diesmal ein Foul. Andere bleiben halt stehen. Dann läuft die Ecke ganz normal weiter. Dann auch wieder, glaube ich, zwei, drei Minuten später. Absatz vor Gomes. Ja, dieser Videobeweis macht einfach keinen Spaß. Dann kommen wir gestern wieder tausendmal. Wegen tausenden Gründen DFB wieder weg-haten. Montagabendspiel Videobeweis. Das war echt schlimm. Wieder zwei Entscheidungen hintereinander. Wieder zwei gegen einen. Nach so einem Spiel wie in Sandhausen. Das ist natürlich doppelt und dreifach bescheuert. Dann fühlt man sich noch tausendmal mehr benachteiligt, als es schon so oder so durch den WIA oft passiert. Und das Abseits war ja auch wieder Millimeteraktion da. Das war ja wieder Wahnsinn. Ich habe jetzt die Entscheidung irgendwann danach gesehen. Nämlich in Screenshots. Also wenn ich das richtig gesehen habe, wurde sogar diese Abseitslinie halt Real Talk am Arm oder sowas gemacht, mit dem man eigentlich gar kein Tor schießen darf. Oder war da doch irgendwie noch ein Knie unten. Auf jeden Fall war es auch wieder Millimeterabseits gefühlt. Also wieder nicht mehr als fünf, sechs Zentimeter. Das ist unfassbar. Aber gut, klare Fehlentscheidung. Abseits ist Abseits heutzutage. Dann haben wir das halt leider zu akzeptieren, dass unser Sport, was das angeht, immer weiter zugrunde geht. In der zweiten Hälfte kam dann war man Gedug erfüllen. Ja, Erfolgslosen, die da wie. So der quasi Hoffnungsschimmer, Heilsbringer, den wir jetzt da jetzt wieder in der Startelf hatten. Habe ich ja glaube auch in der Preview drin, mit dem war die Statistik so ultra gut bei uns. Und seitdem er weg ist, läuft es nicht mehr so. Aber der hat auch nicht viel dazu gebracht. Vielleicht war er noch nicht hundertprozentig fit genug. Aber auf jeden Fall war der Wechsel zu Wamakituka sehr, sehr wichtig. Der macht dann nämlich auch das Tor. Wir kommen relativ gut aus der Halbzeit raus. Dominieren die zweite Hälfte eigentlich relativ eindeutig. Hatten dann vor allem diese Phase, wo unsere drei Kielsten gefallen sind, dann später. Wo es echt gut lief. Wo wir echt gut gekickt haben und Offensivdrang hatten. Was mir oft gefehlt hat. Aber vor allem in der ersten Halbzeit. Aber wir hatten endlich mal Offensivdrang. Auch mit ein bisschen Konzept. Weil nach 0 zu 1 haben die eigentlich quasi lange Bälle oder irgendwelche Steilpässe, die zum Scheitern verdammt waren. Haben einfach kein Konzept gefunden gegen das Abwehrballwerk. So wie es die ganze Saison ist. Wenn der Gegner führt, was er oft genug tut, weil wir einfach nicht wach genug sind am Anfang, immer so doof sind und das 1 zu 0 kassieren. Dann fällt uns das schwer. Das war ja sowieso quasi eine Ausnahme, dass wir jetzt mal das Scheißspiel gedreht haben. Auch nach dem Rückstand. Weil das war ja wie in Sandhausen. Danach bricht die Mannschaft zusammen. Hat kein Offensivkonzept. Die anderen Gegner stellen sich hinten rein, weil sie führen und sich's leisten können. Und wir finden keine Lösungen. So geht's die ganze Saison durch. Jetzt haben wir in der zweiten Hälfte zum Glück dann Lösungen gefunden. Und aber auch zum 1 zu 1. Da kann man auch als Fan sagen, klar, schön, nehm ich mit und so den Elfmeter. Aber das ist halt auch wieder... Nach heutiger Auslegung und bla 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 ist das richtig. Aber es ist halt so ein Schmock. Es ist so ein Kack. Also wie du sowas als Handelfmeter pfeifen kannst. Also tut mir leid. Der geht da mit dem Kopf hin, kommt da aber nicht hin. Hept dann die Schulter raus, weil ihm irgendwer von links oder von rechts, weiß ich mal genau, quasi entgegengerasselt. Kommt, glaube ich, weil man Gedugger warst, der da hinkommt. Ganz normaler Reflex, hebt dann seinen Arm raus. So als Schutz quasi. Will den Ball köpfen, trifft mit dem Kopf. Aber nicht, dann landet er da irgendwie auf seinem Ellenbogen. Da kannst du ihm halt auch wieder keine Absicht unterstellen. Das ist einfach nur stumpfes, blödes Auf-die-Hand-Fallen von dem Ball, wo er nichts dagegen kann. Und wieder dasselbe Argumente sich schon so oft gebracht haben. Wenn er mit dem Ball nicht auf den Ellenbogen fliegt, sondern dann noch ein Stückchen weiter unten auf dem Oberschenkel klatscht oder von der Brust runter klatscht, hat es denselben Effekt. Also diese Hand hat er jetzt nicht irgendwie großartig was gehindert oder was Positives hinzugefügt oder sowas für Nürnberg. Also einfach wieder ein Bullshit-Elfer nehmen mit. Weil man Gedugger macht einen Reihen, ist scheinbar jetzt unser Auf-Media-Schütze geworden. Hat mich ja schon in Sandhausen eigentlich gewundert gehabt. Aber wenn man die weiterhin so eiskaltenkonsequent reinhaut, warum nicht? Machen wir weiter damit. Und dann kommen direkt zwei Minuten später, oder hier in OneFootball, glaube ich, sogar eine Minute später oder so, die Kiste von Gomez. Die war auch relativ schön rausgespielt. Aber das dachte ich echt noch am ehesten, dass er das Ding zurücknehmen wird. Weil da war irgendwie dieses Kopf-Zusammen-Rasseln zwischen Endo und einem Nürnberger, der dann liegen bleibt. Da am ehesten dessen nimmt man zurück, hat auch der Stadionsprecher geglaubt. Also erstmal das Gomez-Tor, typischer Gomez, eiskalt in die Ecke. Also gerade findet er wieder sein Tor-Instinkt zurück und bringt auch wirklich was auf dem Feld. Ich habe ihn ja jetzt ein paar Wochen lang wirklich quasi runter gehatet, böse gesagt. Aber jetzt findet er gerade wieder sein Spiel, findet seine Abstöße, macht seine Wuten. Egal ob Absätze oder nicht, aber er macht sie wenigstens. Jetzt auch mal regulär, da ist er richtig ausgetickt, Junge. Richtig langer Jubel in die, ich glaube da hinten in Richtung Haupttribüne dann dahin. Du hast gemerkt, was da für ein Frust abgefallen ist, dass endlich mal das Tor zählt. Aber man hat gemerkt, jeder hat sich so ein bisschen zurückgehalten mit dem Jubel. Jeder hat direkt gesagt, fuck, der Nürnberger liegt, der pfeift es eh wieder ab im Block. War das quasi so Meinung von jedem. Der pfeift es eh zurück, da liegt einer am Boden, der ist verletzt. Und auch der Stadionsprecher hat sich, glaube ich, wirklich safe eine Minute, zwei gelassen, bis er dann im Anschluss standen quasi und wirklich das Spiel wieder freigegeben hat, der Schiri. Dann hat er erst den Kommissnamen gerufen, hier diesen Torjubel mäßig. Unfassbar, die Tore um den lief. Aber der Stadionsprecher war sich selber schon so unsicher, dass er so lange gewartet hat, bis er dann auch wirklich den Torschützen durchgegeben hat quasi an die Zuschauer. Es sind mittlerweile Zustände, es ist andere Leben. Also es ist, nee, es ist halt sowas von deppert. Also es macht wirklich keinen Spaß so im Stadion. Nee, das kann mir keiner erzählen. Und dann, ja, ich glaube, Nürnberger hat auch mal eine riesen Chance aus dem Nichts, wo wir auf einmal völlig frei sind und mit zwei langen Bällen quasi überspielt werden, was eigentlich genau andersrum passieren soll, weil Nürnberg muss aufmachen. Nicht wir, wir sind die, die verteidigen können. Nürnberg muss aufmachen, war aber genau andersrum. Und dann schiebt uns Glück am Tor vorbei. Glück gehabt, sonst stellen wir es 2-2. Aber sonst hatte Nürnberg auch wirklich nicht viel vom Spiel. Also die haben das Tor gehabt, haben diese eine Chance jetzt gehabt zum 2-2, haben es 1-0 gemacht, aber sonst war da nicht viel nach vorne. Also es lag heute auch nicht zum Großteil nur an uns. Es lag an starken 20 Minuten, grob, die wir da hatten, die dann zu den drei Toren geführt haben, gegen auch relativ schwache Nürnberger, muss man ja leider sagen. Die haben ja eigentlich auch, wenn man den Kader anguckt, die haben eigentlich mehr, um auch da oben mitzuspielen. Das war das Absteigerduell, aber es war dann das Duell zwischen 3 und, boah, lass mich nicht lügen, 14, 15 oder wie viel der Platz da auch immer da jetzt in Nürnberg unten rumhängt. Also, boah, miese Pille. Ich denke mal, in der Liga bleiben ist es schon auch so, es ist ja nur verbleibend in der Liga, aber das wäre schon schön, wenn die erhalten bleiben. Also einen kompletten Durchmach sollten die jetzt nicht bis in Liga 3 machen, das wünsche ich denen jetzt nicht. Genau, und danach gab es noch zwei, drei kleinere Sachen vom VfB, aber nichts Klares mehr, keine großartigen Chancen mehr, auch auf ein 4-1. Also, passt, drei einzigen immer mit, war auch für Montagabend. Allgemein war wieder extrem voll, ich glaube, 48,5 oder so ist es echt extrem stabil, vor allem in so einer Situation, wo keiner weiß, was du bekommst jetzt vom VfB gerade und wo du auch kein Ergebnis garantiert hast, doof gesagt. Relatives Kackwetter, arschkalt Montagabend und dafür ist es halt wieder überragender Support. Und ich war ja gegen Bochum, nicht im Stadion, da war ich ja quasi durch den Urlaub und da hieß es ja danach, naja, war jetzt nicht so die Mega-Stimmung, alle schon vom Montagabendspiel, Montagabendspiel wird sowieso nicht wieder so eine Stimmung sein, aber da war heute echt, echt gute Stimmung, überraschend gute Stimmung. Auch von Nürnberg-Fans, klar, irgendwann so ab 2-1, 3-1 hat dann irgendwann aufgehört, die Stimmung da großartig, am Ende gab es nochmal richtig Stress, also ich habe nicht wirklich verstanden, was sie gesungen haben, aber es klagt nicht nett in Richtung der Nürnberger Spieler. Aber gut, wenn du in so eine Situation steckst, passiert sowas auch bei uns, bei uns wurde auch wieder ab. Minute 16 dann beim Rückpass gepfiffen und sowas von der Haupttribüne, also das ist völlig absurd sowas. Wir haben nicht gut gespielt in der ersten Hälfte, aber Pfiffe bringen dem Team auch einen absoluten Scheiß-Trick weiter. Aber Stimmung allgemein war echt gut. Nürnberg am Anfang war echt stark dabei als Auswärtsteam, ist ja mit der beste Support am Anfang auf jeden Fall, wenn die erste Hälfte nimmt, der bisher die Saison da war, neben vielleicht Dresden noch, KSC war leider nicht so viel, das hätte ich noch hochgesetzt, aber da gab es ja Gründe, warum da nicht so die Stimmung da war beim KSC im Block. Aber von uns war das echt auch gute Stimmung. Jetzt sind wir wieder tabellarisch. Wie gesagt, wir sind nicht schlecht dabei. Jetzt auf einmal sieht es wieder ganz okay aus. 29 Punkte, gleich viele Punkte wie Hamburg, nur halt leider immer noch 11 Tore weniger als Hamburg quasi, wenn man es so sehen kann im Torverhältnis. Auch Bielefeld 11 Tore besser. Bielefeld auch 4 Punkte besser. Also junger Faller, die sollten mal langsam da oben ein bisschen nachlassen, bitte. Weil auf Platz 3 will ich nicht landen. Also drunter Heidner mit 26, dann kommen drei Klubs mit 23 und geht so ein bisschen weiter runter. Aber man merkt es vor diesem Spiel, man merkt es schon krass, vor diesem Spiel wäre oder war Hannover auf 6 Punkte ran an uns. Das wären zwei Spiele gewesen und wir spielen ja auch noch gegen Hannover vor der Winterpause. Da merkt man, wie eng diese Liga eigentlich ist. Weil Hannover hat ja eigentlich eine übelste grottige Kack-Saison gespielt bisher, so wenn man die Ergebnisse anguckt oder so vom Gefühl her. Und auf einmal sind die 6 Punkte ran nach irgendwie 2 Siegen in Folge. Da merkt man, wie wir auch inkonstant kicken und alle allgemein da oben, dass Hannover auf einmal, wo alle denken, ja lol, die steigen ja fast ab, dann auf einmal 6 Punkte ran. Das sind auch nur zwei Spiele. Jetzt sind es halt 9 Punkte. Das klingt schon nochmal anders. Aber das ist mal so als Beispiel. Das kann man natürlich werten. Die Liga ist richtig schlecht, wenn man da oben die Top-Teams sieht, die die ganze Zeit Punkte liegen lassen oder halt die Liga ist extrem ausgeglichen. Kann man nehmen, wie man will. Jetzt haben wir 17. Spieltag. Letzter Hinrundenspieltag. Dann nächste Woche Montag wieder in Darmstadt. Da wird es wahrscheinlich eine Live-Reaction geben von mir, dann eine Live-Stream-Reaktion aufs Spiel. Ja, Darmstadt. Ja, ist einfach ekelhaft zu spielen, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Darmstadt richtig ekelhaft zu spielen wird. Hängt da unten auch irgendwo rum jetzt hier auf 13. Ja, eins unter Hannover. Das wird, glaube ich, relativ ekelhaft zu spielen. Mal gucken, was man da so bringen kann, weil jetzt sollte man eigentlich wirklich weitermachen. Und nicht wieder dieses ständige Up-and-Down hier. KSC-Sieg. Wuh, richtig geil. Ah, Faxanthausen. Mann, sind wir scheiße. Walter raus. Das, jawohl, Nürnberg-Sieg. Oh, wir sind wieder oben mit dabei. Alles super. Und dann wieder in Darmstadt verlieren. So eine Scheiße, ne? Ihr wisst, was ich meine. Einfach aufpassen, dass du das Spiel auch noch irgendwie wenigstens nicht verlierst. Denn Darmstadt ist, glaube ich, echt relativ ekelhaft. Da tun mir jetzt schon alle leid. Die bei der Arsch ist kälte wahrscheinlich dann. Dann Montagabends nach Darmstadt fahren auf diese halbe Baustelle. Aktuell gab es auch relativ wenig Tickets auswärts. Und da den VfB wieder supporten. Anders, wirklich anders. Und dann kommt am letzten Spieltag vor der Winterpause und gleichzeitig am ersten Spieltag der Rückrunde schon das Außenspiel in Hannover. Was auch wieder ekelhaft wird, weil die ja gerade scheinbar wieder, wenn die auch Aue schlagen, die auch bei uns da oben mit rumhängen. Ja, die ja scheinbar gerade nicht so schlecht unterwegs sind in Hannover. Wieder ein bisschen anfangen zu kicken, wie sie auch kicken können. Wir haben ja alle drei, die abgestiegen sind, keine schlechten Kader, wenn man die zweite Liga anguckt im Vergleich. Also von dem her wird es auch nicht einfach in Hannover. Mein Ziel wäre in der Zeit, keine Ahnung, nimmst du bitte vier Punkte mit oder sowas. Wenigstens nicht verlieren, gewinnst eins davon und spielst eins davon und entschieden. Dann wäre ich schon relativ happy damit quasi. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Man sieht sich dann oder man hört sich dann vermutlich in erster Linie wieder bei der... Preview zu Darmstadt, Stuttgart. Dann gibt es den Trailer, gibt es den Hasen. Und dann gibt es die Live-Reaktion und dann eine... Ja, mal gucken, ob ich dann nochmal einen Podcast mache. Vermute ich schon, auch wenn ich natürlich die Live-Reaktion und Vision aktuelles dann labern werde und labern kann. Und dann gibt es nochmal einen Review zu dem Spiel. So machen wir es jetzt, so komme ich in diesen Flow langsam rein. Schreibt mir, wie gesagt, gut auf Spotify ist das nicht so easy, aber das ist ja alles auf YouTube auch hochgeladen. Oder man kann mir auf jeglicher Social-Media-Plattform schreiben. Schreibt mir Feedback zum Spiel, zum Podcast, Allgemeines. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.